Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Live-Frame-Ankündigung. Heute ab 20 Uhr auf Twitch, Link ist wer immer unten in der Videobeschreibung mit dabei. Was sollten wir heute schön spielen werden? Heute geht der auf 5 Spielen von 20 bis 21 Uhr. Die neuen Rennpisten, Stunt Racing und alles drum und dra. Aber dann werden wir ab 21 bis 22 Uhr noch ein bisschen Minecraft spielen. Genau, ja in diesem Sinne meine lieben Freunde möchte ich mich schon wieder verabschieden. Heute übrigens, heute muss ich noch etwas sagen. Und zwar haben wir ab Montag ist bei uns 1. August und weil ich hier in der Schweiz wohne. Und zwar werden wir heute den 1. August Stream machen. Ich weiss heute nicht wie 1. August, aber Montag Stream ich nicht. Darum kommt heute 1. August Stream, dann wird es Schweiz. Kommt halt Schweizerisch. Also ich werde dann Schweizerdeutsch reden. Ja, und einfach ein bisschen alles um die Schweiz. In diesem Sinne meine lieben Freunde möchte ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schaut doch einen Niedschen und da bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.